Was geht ab, meine Freunde und herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Marvel's Midnight Suns. Wir begeben uns direkt in den Gemeinschaftsraum, wo wir mit jemandem abhängen können. In der letzten Folge haben wir ein bisschen was erlebt. Warte, was? Ich würde sagen, wir chillen mit Carol. Warum nicht? Etwas trinken. Die zwei von uns? Oh, ich meine das ganze Team, aber sicher, die beiden funktioniert für mich. Warum skierst du, wenn du fliegen kannst? Ich bin nicht nur mein Power-Hunter. Manchmal mag ich es langsam, einfach mit dem Mountainside zu nehmen. Nichts? Klingt nicht Spaß, aber ich kann es nicht. Ich hatte nie die Chance dazu. Ich verstehe den Reiz nicht. Klingt nicht Spaß, aber ich kann es nicht. Ich werde versuchen, zu skieren, wenn du mir nicht interessieren kannst. Das ist ein Geist. Vielleicht ist ein Ski-Instruktor meine Backup-Karriere. Wir beginnen auf den Bönniesloppen. Ich werde dir Pizza und Frenz-Frei. Es wird ein Thermos von kaltem Koko erwartet für dich. Ich will nicht, dich zurückzuhalten. Oh, du bist gut. Wir nehmen es an deinem Zeitpunkt. Ich freue mich, zu schlauern. Schmerzt? Scheiße, wahrscheinlich hier. Das Gespräch ging schneller vorbei, als ich dachte. Ja, hier, tausend Jellybeans. Das wird dir gefallen. Geschenke liegt. Kein Problem. Hoodie und Warbird. Was ist das für ein Outfit? Warbird. Mark Warbird. Warbeard. Es ist ein Beard. Wo ist es da? Anpassen. Oha. Actually, my nice. Was anderes. Nicht mehr dieselbe Kacke. Was habe ich für einen Hoodie bekommen? Hoodie Ellen. Heute läuft das ja ein Witz, leider. So. Na ja. Na ja. Na ja. Ich glaube, das sieht alles zehnmal besser aus, wenn man einen weiblichen Hunter hat. So, wir starten natürlich direkt in die nächste Mission. Wir starten nicht in die nächste Mission, weil ich eher schlafen gehen muss. Ich meine, ich könnte mir noch einen weiblichen Hunter machen. Ich könnte ihn ja einfach quasi geschlechtsumwandeln. In den, äh, Bearbeitungsmenü. Aber das finde ich doof für die Story, weiß ich. Für die Lore. Weil, auf einmal ist eine Frau so, äh. Dann bleibe ich lieber dem, den Regeln treu. Ha. In Regeln. Oh. Na, Ebony? Ähm. So, ich wollte gerade sagen, warum schwebt der Ende darum. Pfff. 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 Ich fragte mich, ob du irgendwelche Ideen hattest. Du könntest immer einen neuen Freund für sie bekommen. Ja, ich kann nicht glauben, dass sie noch nicht die Hände haben. Strange ist sehr speziell. Ich kann nicht vorstellen, dass er einen Raum mit jemandem, besonders Tony. Vielleicht hat er sich verwendet zu Tony's chaotische Energie. Ich weiß nicht, ob es nicht zu machen, dass es chaotische Energie ist. Ich glaube, wir nennen es ein slob. Es gibt einige Dinge, die wir nicht zu verstehen haben. Das Universum funktioniert in mysteriösen Fällen, richtig? Ich werde es herausfinden. Unter dem Kappen der Prätenzien gibt es eine reale Gemme von einem Menschen. Aber nicht sagen Steven das. Es geht direkt zu seinem Kopf. Ich kann nicht sagen. Er sitzt da. Er kann das eigentlich nicht nicht gehört haben. So. Ähm. Wir brauchen noch ein Level ab. 25, 24, 23. Oh, Steve. Komm her. Ja. Ja. Ah, ein schönes Kampfbonus. Starte mit 5 nach dem. Ich mag das. Okay, dann. Okay, dann. Hier irgendwas tolles dabei? Nö. Müll. Okay. Dann auf ihn nicht. Don't tell me. Red Skulls plans for Wundegor Monorail. Close. Red Skull dug them back in World War 2. But where they go? Well, we're not sure. Yet. There are some hints in Crossbone's data that a few of the tunnels might even be older. How much do we trust Crossbone's data? I trust it enough to investigate and launch reconnaissance. Up for a little smash and grab, Logan? Ah, I see where this is going. It's a cannonball special. Except that you're throwing me at a whole mountain. We know you're strong enough to take it. Want in on the action, Steve? Negative. I need to poke around Crossbone's hard drive. There's still encryption I can't crack. Maybe it's spicy love letters from Crossbones to Sint. She's Red Skull's daughter or granddaughter or something. Anyone sharing a family tree with a Red Skull is bad news. Dating Crossbones is proof of that pudding. That's right. I wonder what kind of murder sonnets those two deranged lovebirds wrote to each other. But while it would make some titillating nightmare fuel, we have bigger fish to fry. And it's a big old doozy of a fish. Something called Project Gottmorder. Based on my limited German, that sounds promising. Agreed. But it could be nothing. Red Skull dulled out fancy names left and right. I think the answer is here. In Crossbones data. What we do know is that these tunnels go somewhere. And Hydra hiding something. Something potentially big. That's more context than I normally get for potential suicide missions. In the Hydra-Nest we go. Speak with Wolverine. Go ahead, Adam is deep. No, no. You're headed into unsecured tunnels beneath Mount Wondagore with Wolverine as your guide. I'd understand if you've got some worries. I don't trust this information. I'm surprised that you don't come with me. I don't have any concerns. I'm surprised that you don't come with me. Considering the Red Skull connection, I am surprised you will not be leading us. Normally, I would be leading the charge. Unfortunately, I need to keep working to decode the rest of the drive. If Crossbones intended for you to be there, it may be better that you are not. I'm not one to hide from a fight, but I appreciate you and Logan looking out for me, Hunter. What was Logan saying about someone named Sin? Ah, yes. She's a member of Red Skull's family. I've tangled with her a few times. She's a chip off the old block. Minus the giant Red Skull, of course. Do you think she knows about this Project Gottmordor? I have no doubts. I caught her trying to raid a museum for some of Red Skull's artifacts. If Crossbones was going to give his intel to anyone besides Lilith, it would have been her. But he did not. He gave it to you. Right. And that leaves us little choice. If we don't find this Project Gottmordor, it's only a matter of time before Sin does. Good luck out there. If we really go into those tunnels underneath Mount Wondagore, get ready for some good old-fashioned Grime and Slime. Are you saying the Red Skull did not value comfort? The guy was a Nazi whose head was the color of an inflamed big toe. I doubt he was trucking in lacy throw pillows down there. I will adjust my expectations. The map we have is pretty loose. But luckily, you're gonna have me leading the way. So don't worry about getting stuck or lost. Eh, it's bad that the camp doesn't lead us. I'm standing behind you. I'm sure I'm standing behind you. If you're confident you know where to go, then I will be right there beside you. Smart Hunter. Real smart. Trust me and we'll get in and out of there before Hydra knows what's up. With any luck we will learn the Skull secrets quickly. Yeah. It'll be good to see what the old bonehead was up to. You talk as though you knew him. It's not like we traded punches or anything. But I was in Canadian intelligence during the war. The Skull was definitely on our radar. As nasty as you'd expect. Obsessed with the occult. And this Project Gautam Order? That's new to me. Hopefully it lives up to its name. I'd hate to go all the way down there and find out it's just a regular old mortar. Witzes sind jetzt unangebracht. Das wird die Mühe wert sein. Das ist die beste Zeit für Witz. Your jokes are murdering me, Logan. Oh, nice German humor, Hunter. If I had a hat on, I'd tip it to you right now. Danke. Danke. I hope we can get it out of there. I don't want to spend more time on those tunnels than I have to. On that, we can agree. Well, what are we waiting for? Let's go. Danke. I tell you, there's nothing better than a bunch of spooky tunnels. True. Reiner in the tunnel. Where are the big tunnels? Hintertür. Handlungsmission. Reiner. Can I take anyone else with? We take Venom with. Just because I can. I can. He will probably fit in the tunnel. Oh no, I have a long load. I don't know if I can. I can. I can. It's too bad. It's too bad. And more than a healing factor, you know. Get ready to check out my amazing track. I once wandered the sewers under the Hellfire Club New York building for hours. This will be a piece of cake. Really curious to see what the Red Skull is so interested in down there. I gotta say, if this whole chase turns out to be for buried gold, I'm gonna be a little disappointed. Ever get an expression of transience from lovers? No. Me neither. There's a reason for that. Step? Step through Potter. According to the map, the way into these tunnels is in a ravine at the base of the mountain. We can bring you right up to the entrance. Beautiful. I can take it from there. I'll have you know I'm indulging your desire to follow this map. Don't say I never gave you anything. After this, I won't even expect a card from you on my birthday. Let's go. How can this be? It seems we have been walking in circles for hours. It's been 20 minutes. Relax. We're close. You said that after your last sniff. And I was right. If this is supposed to be an ambush, I've seen better. Ambush? This is a slaughter. No kidding. They were trying to get inside that vault. I don't believe in coincidences. Which means... Project Guter Mortar. I bet my life on it. So did they. Guess Hydra just dropped a rung or two on the bad guy food chain. Maybe so. Still, this Lilin feels different somehow. Feral. You sniff that out. We get to bake the house and wise later. Get that bolt open before more of these things show up. Too late for that. You're right about that thing. It smells like it died then crawled through Hager. That is one way of describing it. I'd be more concerned with how it fights, not how it smells. I'm breathing down your neck. So. First of all, here are a few little dogs to kill. Maybe it's time you quit this racket. I think it's cool how just Venom. Not looking good for you. Just Eddie is in his normal tank top there at the chill. So. Yeah. 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 Verwundet. Achja. Mach nichts. Mach doch was. Damage. Wände zwar bindeneinander, aber ich brauch irgendwas um Damage zu machen. Sprung des Todes. Kombo. Ah. Ist ja immerhin tot. Ein weiterer Hund massakriert. 183. Scheiße, dass er es überlebt. Und erhalte Blocken. Blocken hab ich schon. Und dann? Hm, hm hm hm, hm. Wenn er einmal verbunden war, markiert, provoziert. Peak unsk может keine Aktion. Bringt mir aber nicht viel, weil... Weil ich nicht genug Karten dafür habe. Aber wenn der sich jetzt aufteilt, ist er auch scheiße, ne? Mach mal so. So, und... Da ist er noch. Putz. Dann kriegen wir nur zwei Damage ab. Damit kann ich leben. Fresh Mean. Ja, genau. Wenn der jetzt auch noch durch den Durchläuft, drehe ich durch. Etwas wirklich. Fuck you, Game, Alter. Fuck you. Aber greift er jetzt nochmal an? Ne, ne? Okay, dann haben wir ja nochmal Glucka. I haven't seen that kind of Hydra-Regalia since the War. Oh, Johan was probably hoping to hide out here if things went south. Guess he didn't make it. We have our hands full as it is. Now having to worry about Red Skull too. So, schützender Angriff. Braucht mehr... ...Helden-Kombo brauche ich jetzt auch nicht. Mehr sinnvolle Attacken. Kettenheap. Dann teilt er sich halt nochmal auf. Ne, ist auch scheiße. Teilt er sich auf, wenn ich ihn dagegen werfe? Ich glaube schon, ne? Ah, dann nehm ich ihn und einen Hund raus. Ja, schnauze, dobes Vieh. Zurückwerfen. Hä? Ja. Markieren doch. Nicht so gut. Hä? Ist er dann tot, oder? Achso. Alle, die den Helden als Ziel haben, verstehe. Wer überlebt, of course. Na, komm. Er teilt sich halt nochmal, aber... Oder auch nicht. Na dann. Tschüss. Ähm. Ach ja, komm, warum nicht? Ja, nimm mal das und... Das ist schon voll die Bier, ne? Er teilt sich, ne? Ja. Weil er genug Leben dafür hatte wahrscheinlich. Ja. Ja, genau. Okay, verstehe. Wenn im Aua. Geh auf, Hunter. Genau so. Genau so. Danke dafür. Schau mal so. Nur 70. Fuck you, Game. Und er teilt sich nochmal, natürlich. Was was sonst? Ja, er springt nochmal durch ihn durch. Of course. Absolut nervig. Komm, springt er auch nochmal durch ihn durch jetzt hier. Ja. Wenn wir nochmal 10 Stück davon haben. Oh, yeah. Oh, yeah. So den Hund schonmal getötet Die Geduld tue ich lässt erst mal weg Schneller Schnitt Damit kann ich noch vielleicht irgendwo umbringen Ja, let's go Tschüss Verkettung Scheiße, ich glaube ich Fuck Er wird dich nochmal aufteilen, oder? Safe call Ja Aber mach nichts Hahaha Naja, genau Er hat aber gleich Logen an, der hat nämlich kontaktiv Und er hat dafür so Ach, scheiße, hat sich legen geholt Der oben Naja, weil wir auf Insel getötet Ja, okay Hä? Welchen HP? Wenn ihr streitet Wenn im Töten Null Ich habe mein Leben verloren Ne Nö, aber ich brauch Weg mit dir Ja, schade Oder die jetzt verwenden muss Ich wollte nicht noch eine Runde Nicht noch eine unnötige Runde Aber ich wollte gerne Gerne hier mitnehmen In die nächste Runde Meistens wird er das Kartendeck übernommen Naja Ja 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 Ich würde sagen, wir finden dein Gottkiller Ich würde sagen, wir finden dein Gottkiller Ich weiß, dass das Alarm still leidt irgendwo Naja Lass uns nicht aufhören und herausfinden Was Was The hell you waiting for, kid? This way ne A A A A B